Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Jesus bringt seinen Jüngern etwas bei. Einmal kam Johannes ganz aufgeregt zu Jesus. Jesus, wir haben heute jemanden getroffen, der in deinem Namen Menschen von bösen Geistern befreit. Sollen wir ihm sagen, dass er das lassen soll? Nein, entgegnete Jesus. Er tut ja nichts Böses. Und wer nicht gegen uns ist, ist auf unserer Seite. Wer euch oder irgendwem, der zu mir gehört, etwas Gutes tut, wird von Gott dafür belohnt werden.